Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch zu besprechen von Love Lies Bleeding, der am 18. Juli in die deutschen Kinos kommt. Und ja, es dreht sich unter anderem auch um Bodybuilding und Bodybuilding hat ja was mit Muskeln zu tun. Und einer der wichtigsten Muskeln im Körper ist das Herz. Und wie trainiert man es am besten? Genau, wenn es sich freut. Und ich freue mich gerade, denn Schlöcker ist da. Hallo Schlöcker. Hallo lieber Stu. Ein großer Muskel ist auch das Gehirn. Ist es nicht wirklich, aber das ist eine Metapher, die man verwendet für Kinder. Und mein Hirn freut sich, dass es mit dir einen Film besprechen kann, bei dem man vielleicht nicht so viel denken muss. Als kleiner Anreiz hier. Antisa. Okay. Ja. Es freut mich, dass du das Hirn erwähnt hast, weil es kein Muskel ist, weil der nächstbessere Muskel, der mir einfällt, der sitzt im Hintern. Und das wäre irgendwie unscharmant gewesen. Deswegen freut es mich, dass wir doch wir beide jetzt auf eine charmante Art und Weise Hallo gesagt haben. Nochmal Hallo an euch da draußen. Und Hallo an Kristen Stewart, die wir hier wiedersehen in Love Lies Bleeding, dem neuen Film von der Regisseurin Rose Glass. Die hat so vor den Horrorfilm Sand Mord inszeniert. Hast du den gesehen? Ich kann mir die Antwort fast denken. Ich habe den weder gesehen noch, bevor du den Namen gerade genannt hast, davon gehört. Auch Sand Mord war eine Produktion von A24. Und viele wissen es ja vielleicht schon. A24 machen sehr besondere, spezielle und tolle Filme. Also vielleicht auch Love Lies Bleeding. Wir werden es herausfinden. Bevor wir das herausfinden können, müssen wir aber vorher eine Frage beantworten. Nämlich Love Lies Bleeding. Wir wissen, es geht um Muskeln, aber worum geht es denn genau? Und Schlöcker, du bist doch hier die Antwortentante. Also bitte beantworte. Die Antwortentante. Also eigentlich ist es eine Liebesgeschichte, aber auch eine Action-Thriller-Geschichte, denn wir verfolgen hier eben die Beziehung von zwei Damen, von Lou und Jackie. Jackie ist die Pumperin hier, die ist wirklich krass gebaut auch, hat einiges trainiert. Und an Christen Stuarts Rolle, nämlich Lou, die in einem Fitnessstudio arbeitet. Diese zwei werden aufeinandertreffen, bringen ihre Backstories mit. Dabei entblättert sich einiges. Es wird Blut geben, es wird Drogen geben, es wird Sex geben. Das soweit zu der Story. Reicht das? Das hast du ganz hervorragend zusammengefasst. Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank. Love Lies Bleeding ist einer dieser Filme, der es, wie ich finde, sehr gut hinbekommt. Du guckst die erst zwei Minuten und kannst dir schon irgendwie daraus erschließen, was da passiert oder was auf dich zukommen wird. Denn wir sehen Christen Stuart als Lou, das Erste, was wir von mir sehen, ist, wie sie in dem Fitnessstudio, wo sie arbeitet, eine verstopfte Toilette sauber macht. Und im Laufe der Handlung kommt es öfters vor, dass Lou wirklich den Mist anderer wegräumen muss. Das war schon eine sehr schöne Eröffnung. Wie hast du oder wie fandest du Christen Stuart als Lou? Mir hat sie sehr gut gefallen. Man kann ja über Christen Stuart denken, was man möchte. Sei es, man ist mit ihr noch in der Twilight-Ära gefangen und hat sie da irgendwie abgespeichert. Oder man hat sie als, ich muss kompensieren, dass ich damals in Twilight gespielt habe und nehme deswegen völlig entgegengesetzte Rollen an, ist da mit ihr noch festgefahren. Oder man hat sie so da, wo ich bin. Ich finde, sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Ich nehme sie durchaus ernst. Ich empfinde sie als jemand mit Rückgrat. Und ich habe sie hier als Schauspielerin auch, wie gesagt, ernst genommen und mir hat ihre Rolle auch gut gefallen. Wie ging es dir denn mit ihr? Ja, also ich bin, ich würde mich als Christen Stuart-Fan bezeichnen. Also nicht von Twilight, das war nicht meine Baustelle und das war auch ganz, ganz furchtbar. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der an Twilight mitgearbeitet hat, der sagt, das war toll. Und Christen Stuart hat also bislang eine sehr tolle Filmografie hingelegt nach Twilight. Genauso wie ihr Spielpartner Robert Pattinson ebenfalls. Also wenn ich bedenke, wie furchtbar Twilight ist und wie gut dann die Karrieren von beiden dann verlaufen und wie vor allem facettenreich, bin ich dann doch sehr zufrieden. Und Law of Life's Bleeding zeigt mir auch wieder, wie wandelbar diese Frau ist. Weil das letzte Mal habe ich sie gesehen als Prinzessin Diana. Und von Prinzessin Diana hat Lou ja wirklich gar nichts. Den habe ich nicht gesehen, Prinzessin Diana. Und es gibt, ich glaube ich, schon Stimmen, die Christen Stuart vorwerfen, so kriege ich es zumindest im Internet mit, wenn sie mit total kurzen Haaren, also verhältnismäßig kurzen Haaren für eine Frau, was auch immer das heißt, irgendwo auftaucht und Leute ihr dann vorwerfen, sie würde sich nicht feminin genug kleiden. Und da könnte man ihr wahrscheinlich schon vorwerfen, dass sie hier jetzt auch wieder in die Richtung geht und eben eine homosexuelle Frau spielt, die nicht ultra feminin ist. Finde ich aber total albern, weil ich ihr das erstens total abnehme, ich das total toll finde, wenn man das spielt. Und ich fand, sie hat auch die Rolle total, also besonders gespielt auch. Also ich mochte, ich fand sie sehr greifbar und real. Also ich habe da ganz viel gesehen, wo ich dachte, okay, der nehme ich das ab. Das könnte eben ein Mensch sein, der da einfach gerade irgendwo so lebt. Ja, also wirklich diese Loot, so wie sie gespielt wird, so wie sie auch präsentiert wird, das wirkt zumindest zu Beginn, der Film macht ja noch so ein paar, würde ich sagen, Schlenker, aber zu Beginn wirkt das auch auf mich total greifbar. Ich konnte mir jederzeit vorstellen, okay, irgendwo in der nordamerikanischen Wüste, im Niemandsland, gibt es so eine Loot, die halt eben in diesem Fitnessstudio arbeitet und alle drei Tage das verschöpft, wo Klo halb sauer machen muss. Okay, na, du hast natürlich recht. Der Film nimmt natürlich Wandlungen an, wo ich jetzt auch nicht gerade, wo ich jetzt auch bezweifeln würde, ob es die Figur jetzt so in echt gibt. Aber klar, am Anfang ja, meinte ich auch. Ja, man muss aber, wie ich finde, auch ganz klar sagen, das ist nicht nur der Film von Kristen Stewart. Es gibt ja noch eine weitere Darstellerin, die die zweite Hauptrolle spielt, nämlich die der Jackie, einer jungen Bodybuilderin, die sich halt in Lou verliebt. Und die wird gespielt von Katie O'Brien. Und Katie O'Brien hatte ich zuvor einmal wahrgenommen in diesem unsäglichen letzten Ant-Man-Film, wo sie einer von diesen diversen außerirdischen Figuren war, die da halt rumgewuselt haben. Und jetzt halt eben mit Love, Nice, Bleeding konnte sie mal wirklich zeigen, in Anführungszeichen, was sie kann. Und sie ist ja wohl auch wirklich Bodybuilderin. Und ich muss sagen, wow, das war mal wirklich eine Rolle. Also, das fand ich famos. Also, Katie O'Brien, ich habe ein bisschen mein Herz an sie verloren. Oder sie hat es mir herausgerissen, das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Aber ich war sehr angetan von ihrer Performance in Love, Nice, Bleeding. Wie war es bei dir? Ich fand sie auch sehr gut. Also, ich mochte, dass sie mal optisch ein bisschen anders aussieht. Sie ist ja, wie gesagt, sehr baff für eine Frau. Und ich fand es einfach sehr cool, das zu sehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie auch Kristen Stewart's Rolle. Also, wir haben am Anfang von, in der wir Lou kennenlernen, nachdem sie auch die Toilette da gereinigt hat, sie kommt nach Hause, sie sticht sich erstmal ein Mikrowellenessen auf, schmeißt es in die Mikrowelle, raucht eine, legt sich aufs Sofa und masturbiert. Wo ich dann dachte, erst dachte ich in meinem eingefahrenen Hirn, natürlich müssen die sie jetzt so männlich darstellen, um irgendwie zu zeigen, dass das eine Lesbe ist. Das ist jetzt wirklich, bitte nehmt mir das nicht krumm, ich mach das gleich wieder gut, was ich gerade gesagt habe. Und dann habe ich mal einige Hirnzell mehr angeschaltet und dachte, ey, wie albern ist das denn? Ich kenne halt billige Lesbenrollen immer nur in, entweder sie sind tough männlich oder sie sind total klischeehaft weiblich und fand es total toll, hier mal einen ganz normalen Menschen einfach zu sehen. Es ist scheißegal, ob es eine Frau, ein Mann, homosexuell, pansexuell, heterosexuell ist, sondern einfach einen normalen Menschen, der nach Hause kommt, sich ein Mikrowellenessen reinschmeißt und erstmal sich selbst befriedigt auf der Couch, so wie es jeder normale Mensch einfach auch macht. Und da musste ich erst wieder mein Hirn so weg von den Filmklischees zu, ah ja, das ist einfach ein stinknormaler Mensch und es ist scheißegal, was die sexuelle Orientierung oder das Geschlecht ist. So, das meine ich nämlich auch mit normaler Mensch. Ich kann das absolut nachvollziehen, das ging mir eh nicht und ich muss auch sagen, als dann die Jackie das erste Mal auftritt, dachte ich auch so, weil du hast ja dieses Klischee, Bodybuilder, Bodybuilderinnen, die haben mal dicke Muskeln, aber wenig Hirn. Und diese Jackie, die ist natürlich von ihrer Physis, ist das schon eine besondere Präsenz und eine gewisse Naturgewalt. Aber die wirkt halt auch verunsichert, ja, die wirkt auch mal ängstlich. Gerade wenn es halt darum geht zu Beginn, wenn sie diesen Job annimmt an dieser Schießtrench, die sie ja nur bekommt, weil sie halt eben mit J.J. geschlafen hat, dem Schwager von Lou, wie wir dann später herausfinden. Das sind so Kleinigkeiten, die die Regisseurin Rose Glass, die auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, relativ gut integriert in die Handlung. Dass ich das Gefühl hatte, gerade so in der ersten halben Stunde lerne ich erst mal diesen Figurenkosmos so nach und nach organisch kennen. Sodass sich die Geschichte dann nachher relativ zügig und aber auch relativ gut weiterentwickelt. Ja, und wie du eben auch sagst, oder ich auch gesagt habe, wir haben hier nicht Schwarz-Weiß-Figuren oder man kann vom Aussehen oder irgendeine Orientierung was ableiten, sondern sie ist halt super stark, aber ist total emotionsbeladen. Sie ist schüchtern manchmal und das hat mir total gut gefallen, dass es einfach graue Menschen waren und nicht schwarz-weiße Menschen. Ja, graue Menschen trifft das sehr gut. Jetzt hast du ja schon gesagt, Aussehen. Und wir müssen das ganz kurz ansprechen, weil nichts gegen Kristen Stewart, die toll ist, nichts gegen Kelly O'Brien, die toll ist, nichts gegen die anderen Darsteller, die toll sind. Aber können wir uns bitte darauf einigen, der MVP des gesamten Films, der wahre Star, ist die Frisur von Ed Harris. Gott, die Frisur von, er hat so ein Mullet, eine Glatze und an der Seite hat er ungefähr zwei Meter lange Haare. Ja, also die war schon hart, ja. Ja, Ed Harris spielt Lou Senior, also der Vater von Kristen Stewart's Rolle. Und da erfahren wir relativ schnell, der ist halt so ein Gangster, der auch anscheinend diese Ortschaft unter seiner Kontrolle hat. Und Lou hat ja mit ihm gebrochen, also er möchte mit ihm nichts zu tun haben, aber weil ihre Schwester Beth halt noch mit ihm zuwendet ist, ist alles ein bisschen schwierig, die Situation. Und es entsteht ja daraus auch eine, ich würde sagen, eine, ja, Rache, Mordkomplott, eine Kriminalgeschichte. Es ist tatsächlich so, ich hatte nach einer gewissen Zeit das Gefühl, das geht fast schon ein bisschen in diese Film-Noir-Richtung. Also Lou wird in was reingezogen, was sie gar nicht möchte, aber halt aus Liebe zu Jackie spielt sie dieses Spiel halt mit. Und wie Rose Glass so nach und nach immer ein Mehr drauf setzt und dabei diese Figuren auch immer wieder diese, den Stress dann aufgeladen bekommen. Ja, weil Jackie gerade, die hat Angst um ihren Job. Die möchte nach Las Vegas und möchte aber auch Profi-Bodybuilderin werden. Sie hat aber auch Angst, dass sie ihre Liebe gefährdet. Das ist so viel Druck, dass dieser Druck irgendwann wie so ein Ventil, das nicht mehr aufgeht, so rausplatzt. Und dann kommen da Szenen zustande, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich krass. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen aus Spoilergründen, aber es gab ja wirklich Szenen, die wirkten dann schon wie aus einem Horrorfilm. Ja, genau. Also Horror und Fantasy, nee, nicht Fantasy, aber es waren einfach Dinge, die nicht… Fantastik schon. Genau, die waren einfach nicht real. Also man kann sowas sagen, was nicht spoilerisch ist. Man sieht ihre Muskeln sehr unrealistisch wachsen in so Szenen. Und das hat mich manchmal ein bisschen verunsichert. Da habe ich nicht verstanden, soll es hier gerade echt passieren? Oder ist das eine Metapher? Sieht sie das selber? Da musste ich erst mal reinwachsen. Und was du gesagt hast mit dem Horror, es gab tatsächlich zwei Szenen, wo ich wirklich weggucken musste. Es passiert ein Mord. Und wie die Leiche dann aussieht, die man auch öfter dann sieht, fand ich ganz schrecklich. Und es passiert eine Szene, die nicht in echt passiert, die nur in der Vorstellung passiert. Wo jemand was rauswirkt. Und ich glaube, die meintest du auch. Und die fand ich schon auch, das wäre in einem Horrorfilm eine krasse Szene gewesen. Hier warst du nicht ganz in der Stimmung. Da hat die Szene dich auch überrascht. Aber die war schon nicht übel, ja. Hab weggeguckt. Also diese eine Szene mit dem, wo etwas aus dir herausbricht auf der Bühne, die fand ich ganz fantastisch. Die fand ich wirklich ganz, ganz toll, ganz stark. Und diese andere Gewaltszene, das ist ja so die erste Gewaltszene, die wir wirklich sehen. Die kommt halt sehr überraschend. Und die ich aber auch auf eine Art und Weise erfrischend fand, weil wir dort etwas sehen, was nicht so häufig vorkommt. Nämlich halt eben, dass die Frau der Aggressator ist. Oder derjenige ist, der die Gewalt ausübt. Ziemlich unvermittelt und auch relativ bedingungslos und gnadenlos. Und die Regisseurin, du siehst das Ergebnis ja einiger Zeit nicht. Und dann plötzlich siehst du dann das Ergebnis. Und das ist halt so übertrieben, dass es dann auch so ein bisschen die Grenzen der Realität sprengt. Und das macht der Film ja ganz häufig. Also wie gesagt, diese Szene auf der Bühne, wo etwas aus dir herauskommt. Dann gibt es eine Szene, wo sie in Anführungszeichen über sich hinauswächst. Oder sie beide über sich hinauswachsen. Ja, auf jeden Fall. Da wusste ich auch nicht ganz. Und ich weiß es auch bis jetzt noch nicht, was ich damit anfangen soll. Weil die wird in den Film so eingebettet, als wäre es wirklich passiert. Aber es kann nicht wirklich passiert sein. Und da muss ich noch drüber nachdenken, wie ich das finde. Ob ich das gut finde oder ob mich das irritiert eher. Ich glaube tatsächlich, dass es diese Szene mit dem, wo etwas aus dir herausbricht auf der Bühne. Das wird ja quasi gespiegelt. Du siehst es ja erst aus, in Anführungszeichen, ihrer Perspektive. Wo es halt dieses Monströses, was passiert. Und dann siehst du ja, wie es in der Anführungszeichen in der Realität passiert. Und für mich war es dann ganz klar zu erkennen, wenn dann sie zum Schluss über sich hinauswächst, dass sie halt einfach ihn in Schach hält. Aber aus ihrer Perspektive ist sie einfach so über sich hinausgewachsen, dass sie jetzt quasi eine Gigantin ist. So habe ich es für mich verstanden. Aber das Schöne ist natürlich, dass da ganz viele Interpretationsmöglichkeiten übrig bleiben. Ja, ich finde auch generell am Ende, also was dann noch passiert, da habe ich auch mich gefragt, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und das hat ja dann auch unterschiedliche Lesarten, die man dann da, also ich mag, dass man darüber diskutieren kann. Ja. Was auch ganz toll ist, der Film hat so einen ganz eigenen, so einen Flair, so dieses Flair aus Schweiß, aus Hitze, aus Blut. Und alles ist so ein bisschen ickelig, alles ist so ein bisschen widerlich, unaufgeräumt, wo man denkt so, gut, okay, es gibt keinen einzigen Ort, der gezeigt wird, wo du nicht denkst, okay, hier könnte man ein bisschen Sarkotan gut tun. Ich mochte das. Dieses Redneck Noir. Ja, und 80er natürlich noch, kommt ja auch noch dazu. Stimmt, das wurde mir, das fand ich ganz interessant, irgendwann im Laufe des Films gibt es einen Zusammenschnitt, wo du halt erfährst, okay, das spielt gerade beim, Fall der Mauer, also Ende der 80er, Anfang der 90er. Und erst dann ist mir aufgefallen, ach ja stimmt, das spielt ja gar nicht in der Jetztzeit. Und dann ist mir auch aufgefallen, stimmt, die haben ja gar keine Handys und gar kein Internet. Ja, stimmt, ich glaube, so ähnlich ging es mir auch, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe und dachte, ah ja, stimmt, passt. Genau. Weil der Film halt so seine eigene Welt irgendwie aufgemacht hat, relativ zu Beginn. Also es fängt an, du siehst diese Containerhalle, dieses Fitnessstudio, die Titeleinblendung und für mich war sofort klar, okay, das wird kein Film sein, der jetzt die Anstalten hat, in der echten Welt zu spielen, der macht seine eigene Welt auf. Ja, es geht schon. Und was mag ich immer? Ja, schon, also ich würde schon sagen, dass dieses Redneck-Szenario, was du aufgezogen hast, das würde schon auch in die Jetztzeit vielleicht passen. Da denke ich eh immer, das sind so eigene Welten, irgendwelche Dörfer, das muss ja nicht Amerika sein, das kann ja auch in Deutschland irgendwo auf dem Land sein, dass einfach so abgeschottete, kleine Dörfer, die machen halt ihr Ding irgendwie. Was wir noch gar nicht, wir haben es nur so am Rande erwähnt, indem wir nämlich meinten, dass Kristen Stewart am Anfang vielleicht realistischer ist als später, mir hat total gut gefallen, wie der Film langsam seine Informationen preisgibt. Deswegen, vielleicht ist hier manches schon zu viel gesagt, was wir hier gesagt haben, weil ich wusste auch wieder mal gar nichts, obwohl ich tatsächlich den Trailer gesehen habe und der Trailer hat mir auch gar nicht gefallen. Also ich fand, der sah irgendwie generisch aus, aber der Film war trotzdem neugierig auf den Film, weil der handwerklich super aussah und ich auch die Schauspieler mag und war dann total begeistert, wie der Film seine Figuren so reinbringt und dann immer mehr und immer mehr in den Verwebungen und klar, manches ist vorhersehbar, aber manches eben auch nicht und das hat mir sehr gut gefallen, wie er erzählt war. Oder? Ja, total. Und ich muss auch sagen, der hat sowas Körperliches. Also es geht ja auch wirklich um Körper und wie er Körper auch inszeniert. Gerade beim Vorspann, wenn du dieses Fitnessstudio siehst und die Kamera diese Körper regelrecht abfährt und überall jede Schweißpore wird gezeigt und dann natürlich kommt dann Jackie, die ja auch diesen gestellerten Körper hat. Das mochte ich. Also dieses, er zeigt halt zum einen, wie diese Körper gestellt werden, aber auch wie sie vernichtet werden. Das hat mir sehr zugesagt. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, Beth hat ja diese Schwester, gespielt von General Malone, die ja mit diesem JJ zusammen ist und das ist ja so ein Gewalttäter. Und ich fand es total spannend zu sehen, wie mit dieser Gewalt eben in der Familie umgegangen wird. Weil du hast halt zum einen diese Beth, die ihrem Ehemann irgendwie alles verzeiht, auch wenn er sie wirklich halb tot geprügelt hat, aber komplett ausrastet, wenn sie das Gefühl hat, ihr Ehemann wird jetzt irgendwie von Lu zurechtschärb gezogen. Und dann hast du aber gleichzeitig diesen Vater, wo ich mir auch nicht sicher war, was wird er jetzt diesem Schläger-Ehemann antun? Ich meine, der Typ hat seine Tochter ja krankenhausreif geschlagen. Und das fand ich, das hat so eine gewisse Art von Spannung reingebracht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Das war auch eine Grundlage zur Diskussion bei mir und meinem Mitgucker, inwiefern diese häuslichen Gewaltbeziehungen, wie da das Thema Liebe funktioniert. Ob das dann wirklich Liebe ist oder ob du dir die Liebe einredest und die Antwort kann ich hier auch nicht geben, aber es war eben spannend, das so dargestellt zu bekommen und was du eben meinst. Ich habe mich nicht so krass gefragt, wie der Vater jetzt reagiert, weil ich diese Beziehung und diese Problematik zwischen den zwei Schwestern dann spannender fand und er darauf bedacht war. Ja. Wie gesagt, ich fand es halt irgendwie ganz interessant, weil da hast du auch eben gemerkt, dass der Film auch ein Genrefilm ist. Weil du hast diese klassischen Tropen und ich meine, dieser Beff, die wird ja echt übel zugerichtet von ihrem Ehemann. Und das muss ich auch sagen, das fand ich gut. Du siehst das Ergebnis, aber du siehst niemals, wie er Hand anlegt an sie. Ja, stimmt. Das ist interessant bei dem Film. Wenn du Gewalt siehst, dann ist es ausnahmsweise mal so, dass du siehst, wie eine Frau einen Mann halt verprügelt, aber nicht andersrum. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, dafür bin ich hier. Dafür bist du der Mann um die Frau hier. Genau. Genau. Mansplaining. So, also. Pass auf, Schlucker. Was ich auch noch erklären wollte, ist... Nein, Quatsch. Ja. Ja, ich suche gerade noch irgendwie eben noch, was ich berät kann über Lorefly's Bleeding. Es ist eine gute Mischung. Du hast halt eine Liebesgeschichte, die auch meines Erachtens gut funktioniert. Er hat dieses eigene Flair, dieses dreckige, auch manchmal ein bisschen auch Pszöne. Die Ideen, die da drin sind, sind wirklich sehr schön. Er hat auch durchaus einen Hang zum schwarzen Humor. Das muss man auch ganz klar sagen. und alles in allem war das ein für mich echt schöner Film. Also, schön in Anführungszeichen. Ja, handwerklich super. Also, er sah großartig aus. Er war gut erzählt. Also, das einzige Problem, was wir doch jetzt haben, ist, dass er nicht stringent in eine Richtung geht, oder? Das meinst du jetzt? Dass man jetzt sagen könnte, okay, ganz klar, der ist für die Fans. Also, ich würde das jetzt nicht als Problem bezeichnen. Ich fand das hingegen, ich fand das sehr erfrischend, dass der mich auch wirklich immer überraschen konnte und vor allem, wenn er halt diese, fantastisch ausspielt. Da sind das ja immer so kurze Momente und die brechen ja auch wirklich aus diesem Film heraus. Und das hat mich überrascht. Das fand ich faszinierend. Diese Szene, wo sie auf der Bühne steht, die wir jetzt schon ganz oft erwähnt haben, die fand ich fantastisch, die fand ich großartig, die fand ich unangenehm, die fand ich interessant gefilmt und sie sagt ja auch so viel über diese Figur aus. Und, das können wir noch erwähnen, ich finde es auch sehr schön, wie, in Anführungszeichen, wertungsfrei mit den Figuren umgeht. Denn die Jackie, die nutzt ja Anabolika. Und das ist nicht so knapp. Und das führt ja auch zu Problemen. Aber es ist kein Film, finde ich zumindest, der die ganze Zeit auf dem Finger auf sie zeigt und das ist schlecht, das ist böse, weil du benutzt Anabolika. Ja, aber, also, er macht es indirekt ja schon. Ja, aber es ist jetzt, er macht jetzt hier nicht einen auf Anstandsbaubau, finde ich. Da könnte man jetzt auch drüber diskutieren, aber da kommen wir wieder zu einem Punkt, den ich jetzt öfter gesagt habe, dass der Film zur Diskussion anregt, gefällt mir auch wieder sehr gut. Also, es ist jetzt nicht ein Film, den guckst du, du hast alles verstanden, alles ist easy. Ich meine, der ist jetzt nicht auch total verkopft. Du kannst ihn auch einfach hinnehmen und nicht drüber diskutieren. Aber er bietet eben ein paar Themen, die anstoßen können zur Diskussion. Zum Beispiel, keine Ahnung, das Ende oder eben die häusliche Gewalt oder was hättest du gemacht, wenn du die Figur wärst? Keine Ahnung, wie findest du die etwas fantastischen Einlagen? Und das hat mir sehr gut gefallen, sodass der neben der Optik und neben den menschlichen Figuren oder den grauen Figuren, dass der mich doch auch dann überrascht hat, positiv, und ich den eigentlich auch empfehlen würde, jetzt nicht als krasser, krassester Film ever oder dieses Jahres, aber auf jeden Fall als ein Film, den man sich angucken kann und mit dem man seine Freude haben wird. Ja, das war schon mein Fazit. Heimlich reingesneakt. Haha, wie Anabolika in den Muskelarm. Okay, dann mach ich auch noch mein Fazit für mich. Also, ich kam aus dem Film raus und fand ihn gut und je länger das her ist, als ich rausgekommen bin, desto besser finde ich ihn. Und einer dieser Filme, wo ich mir vorstellen könnte, war ja zwischen unserer Sichtung und dem Kino-Release jetzt auch wieder ein, zwei Monate liegen, dass ich mir den auch gerne nochmal angucken würde im Kino, weil der auch wirklich, wir haben es auch schon gesagt, echt gut aussieht, auch was Eigenes hat und das gucke ich mir gerne auf der Leinwand an. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt mein Film des Jahres ist, weil das Jahr ist noch nicht rum, aber ich fand ihn wirklich schön. Schön ist das falsche Wort, aber schön. Ja, ne? Nur eine Sache noch, normalerweise bist du ja diejenige, die hier immer wieder sagt, wenn es um so Gewaltszenen geht, dass du nicht hingucken konntest oder als du erschrocken warst. Es gab in dem Film wirklich eine Szene, wo ich wirklich zusammengezuckt bin, die ich ganz, ganz furchtbar fand. Ganz, ganz furchtbar. Und ich bin ja, ich kann es nicht sehen, wenn jemand sich in Großaufnahme Spritzen setzt. Und davon gibt es in diesem Film ganz viele Szenen. Ah, okay. Gerade zwischen den Zehen. Oh, das war ganz furchtbar. Oh, oh, da muss ich schütteln. Oh, nee, das war, das war mein persönlicher Albtraum. Okay, ja, das freut mich, dass dich auch mal was gruselt. Und ekelt. Gern geschehen. Ja, das kann ich ab, da gucke ich hin. Dann müssen wir wohl demnächst bei unserem Seitprojekt Schocker mit Schlogger müssen wir irgendeinen Spritzenhorrorfilm gucken, auf jeden Fall. Das würde mich freuen. Ja, da hat er übrigens gesagt, da ist vor ein paar Tagen am 13. die neue Folge rausgekommen. Ah, am 13. Mai. Ja, genau. Meinst du? Nein. Nein, am 13. Juli. 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 Ach Gott, wir sprechen ja hier mit Zukunft Zuhörern. Ich bin immer völlig verwirrt, was du schon sagtest. Okay, genau, da ist die neue Folge rausgekommen und zwar zu einem Film, von dem ich noch nicht mal weiß, im Ansatz weiß, welcher Film das sein wird, aber ihr könnt die Folge schon hören und wir werden ihn dann schon geguckt haben. Ist das nicht wunderbar? Ja, Technik, die begeistert. Voll cool. Gut, da würde ich sagen, sind wir hier mit euch. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Schlogger gibt es überall, wo es Podcast gibt. Mich gibt es überall, wo es Podcast gibt. Einfach runterladen und ich sitze bei euch zu Hause und labere euch voll. Ah, okay. Weil das jetzt so ein Fauxpas war, muss ich jetzt wieder gut machen. Also, pass auf. Schlogger findet ihr auch im Internet. Ihr findet sie aber vor allem bei www.schlogger.de. Außerdem Schlogger-Shop.de Da könnt ihr alle Sachen von Schlogger kaufen. Bücher, Rezeptbücher, andere Bücher, Kalender und vermutlich auch irgendwann ein Haarspang. Wirklich alles. Ich kaufe da hier täglich ein. Und seitdem ich da täglich einkaufe, bin ich ein besserer Mensch. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Außerdem ist die Werte, Frau Schlogger, auch noch bei Social Media aktiv. Bei X, ehemals Twitter, bei Facebook und bei Instagram einfach den englischen Artikel The und Schlogger und ihr werdet sie finden. Oder Leute, ihr habt Google, gebt einfach Schlogger ein. Das ist nicht so schwierig. Ganz ehrlich. Ich schaffe das auch, dann schafft ihr das erst recht. Habe ich was vergessen, liebe Schlogger? Das passt schon. Du kannst direkt die Werbung vom Tele-Stammtisch, wir haben schon Schogger mit Schlogger erwähnt. Du könntest noch über den Discord-Server sprechen, der jetzt neu ist beim Tele-Stammtisch. Da könnt ihr gerne zu jedem Thema gibt es unter Channel oder auch Ober-Channel. Das wird ganz allgemein gelabert. Das wird ganz, was ist das Gegenteil von allgemein? Wo wir das jetzt hier aufnehmen, ist der Community-Server beim Discord vom Tele-Stammtisch noch recht frisch. Aber wenn es hier rauskommt, da werden schon tausend Leute dabei sein. Und das sollte ja auch, also seid cool. Geht zum Discord-Server vom Tele-Stammtisch. Ja, redet mit uns. Wir tauchen da vielleicht auch mal auf und dann könnt ihr uns direkt sagen, dass ihr unsere Besprechung zu Love, Life, Bleeding richtig geil, einfach nur schön oder total daneben und zwar auf einer Bühne stehen, kotzen fandet und dann nehmen wir das einfach so an oder auch nicht. Außerdem haben wir noch eine Webseite www.tele-Stammtisch.de und wie gesagt, uns gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Deswegen, hört rein, liked es, kommentiert es und seid glücklich. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Ich sage Tschüss und schlage das letzte Wort. Ich setze euch ein Tschüss genau zwischen die Zehen und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Das war jetzt gemein. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.